Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rage Mode So, dann werden wir mal schauen was heute so hier abgeht Hier sind so viele Leute Ich würde gerade werfen Ich werde hier raus Oh, was ich hier? Jaaa! Wop! Ei 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 Das hat nur ein Knatsch hier! Ich brauch eine neue Tastatur! Ah! Mist! Na jaaa! Neee! Jaaa! 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 ja ne getroffen hab ich, hab ja nicht gekillt ne 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 hat den gekillt, oder nicht? WTF den hab ich gekriegt pech er schießt auf mich ich bin kein nur so schlecht aber trotzdem bild ich erster ab 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 habe ich ein glück dass er kein bogen benutzt hat Warum nicht einer? Wir sehen schon überall Feinde hier. Sogar die Knöpfe sind langsam Feinde geworden. Oh, schieße mich wieder selber ab. Boah, alter Falter. Da hinten ist einer. Sogar die Knöpfe sind langsam Feinde. Ich bin so eine Feige saugen. Ich verstecke mich hier oben in der Ecke. Betroffen habe ich den aber nicht getötet. Nicht getötet. Meine Güte, ich war auf dem dritten Platz. Ich glaube das ist mein bestes Ergebnis. Mit 15 Kills. Wie oft bin ich gestorben? Dreimal gestorben. Boah. Ich bin so stolz auf mich. Ich hoffe ihr auch auf mich. Ich werde immer besser in Rage Mode. Irgendwann mal kommt der Tag. Da werde ich gewinnen. So. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Mir hat sie sehr gut gefallen heute. Weil ich heute sehr gut war. Ah. Gut. Also. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.